Die Herausforderung an Unternehmen wie uns sind, qualifizierte, motivierte, gute Arbeitskräfte zu finden und die zu halten und entsprechend mit einzubringen ins Unternehmen. Wir wissen, dass die Projekte in den zeltischen Fällen an der Technik oder am Budget eskalieren oder kaputt gehen, sondern weil Menschen nicht miteinander reden. Als wir mit diesen ersten Workshops im Unternehmen begonnen haben und ein Mitarbeiter hat dann auf einmal gesagt, endlich hört uns einer zu. In zwei Jahren Forschungsprojekt COMMIT haben Mitarbeiter und Führungskräfte gelernt zu reflektieren. Und dieses Reflektieren hat maßgeblich dazu beigetragen, direkter zu kommunizieren. Und diese Kommunikation wiederum war Basis, den Wandel in der Organisation wesentlich bewusster und verbindlicher zu gestalten. Ja, heute treffen sich alle nochmal zum Projektabschluss. Wir haben schon während des Projekts ganz eng zusammengearbeitet. Und ich bin schon ganz neugierig, was unsere Projektleiter berichten werden. Ich muss so viel brennen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Aber es braucht sehr viel Offenheit und Vertrauen dazu. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die wir haben. Im Prinzip dieses Brennen zum Verursachen beim Mitarbeiter. Dass er morgen sagt, ich freue mich schon wieder auf acht Stunden hier. Also in den Trainings lernen die Leute erstmal innezuhalten. Man könnte meinen, das ist ganz einfach, aber da geht es wirklich um innere Präsenz. Der zweite Teil ist Anwendung an konkreten Herausforderungen vom Unternehmen. Und der dritte Teil ist die Reflexionssoftware, die im Arbeitsalltag unterstützt, diese Themen präsent zu halten. Und jetzt ist es so, dass die Unternehmen je nach Bedarf den Umfang der Fragen oder die Art der Fragestellung anpassen können. Bei den Mitarbeitern erscheinen dann die entsprechenden Fragen. Wir haben da auch noch einen Prozess dahinter, sind die Fragen auch wirklich verständlich, dass wir uns da auch immer eine Rückmeldung holen. Und so kann dann eben bedarfsgerecht reflektiert werden. Da gab es ein Gespräch, wo dann einfach durch die Software ganz klar war, dass jetzt ich an mir mal arbeiten muss. Und ich muss aus dieser Komfortzone raus. Das heißt, das muss ich aushalten, diese Kritik. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann sehe, wie ich es auflösen kann, habe ich natürlich auch ein Erfolgserlebnis. Also zu sehen, wie die Energie frei wird beim Mitarbeiter, hat aber mir für die nötigen Begeisterung und Freude vor allem gehört, zu sagen, okay, es funktioniert. Das Projektende ist gleich der neue Stadt. Das ist das Wichtige, dass es danach weitergeht. Dass es nicht einschläft und dass wir das aufrechterhalten und richtig ins Leben bringen, das ist eigentlich der Wunsch. Ja, Philosophie der offenen Tür, zu sagen, hey, wir müssten mal schnell fünf Minuten sprechen, es gäbe da ein paar Punkte, das wäre der Wunsch. Ja, dass irgendwann kein Tool mehr nötig ist. Wenn man es schafft, so eine Kultur zu etablieren, dann ist man auf jeden Fall ein hochattraktiver Arbeitgeber.